Hallo? Oh ja, er läuft wieder normal. Sehr gut. Warum auch immer. Länse in Zungenkröte. Alter, ich schwöre das so langsam, oder? Ist das mein Kontrolle? Nee. Keine Ahnung, entweder die Täuben ein oder so. Ja, geht eigentlich ganz normal. Oh, nee. Oh. Oh. Oh, Rotstachel. Nee, gehen wir lieber weiter. Mal schauen, was das für ein Viech ist. Gleich hier vorne haust die Bestie alle bereit. Oh. Aber klar, für den Fliegen nehmen wir es mit jedem. Oh. Das ist für uns. Geh, geh. Geh. Alter. Ist mich schon ein bisschen dämmiger. Was? Ich würde sie aufsuchen. Oh, du hast immer zu tun. Ich werde dir weiss. Was ist das für ein Zeichen? Oh, was hast du denn? Wie ist das? Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Ah! Iskahn! Ich habe das Gefühl. Das ist doch nicht gefährlich. Aber... ... wenn ich das so viele Soldaten bin... Ja. Ich will auch nicht nur die Zähne bekommen. Schattenmeuchler. Ich meine einer von den anderen Typen, die hatten eine Million Ähm, das ist ein bisschen enttäuschend, wie die vor der Beste voll Schiss haben und dann machen wir die Oh, warte Warum ist da Sequenz zwischendrin? Hau die Putsche ab? Wow Und ich benutze das Wort Bitch echt häufig mittlerweile Verdammt, aber er ging sogar erst richtig rund, wo ist das Ding? Sie ist geflohen, sie versteckt sich im Schatten Und erheilt ihre Munden Versuchen, Unverschämtheit Sie können wir nicht besiegen, wir müssen sie aus dem Schatten jagen Warum ist sie doch einfach platt, bevor sie sich im Schatten verstecken kann Wir müssen also nur verhindern, dass sie sich im Schatten versteckt, aber Vielleicht finden wir hier irgendwo etwas, das uns hilft Na, wir alle sogar noch zuhauen in der Zeit Hä, was sollen wir denn hier finden? Was ist da dran? Ahhhhhhhh Warte mal, so Er hält den ganzen Bereich Ich sollte noch ein paar mehr anzünden Wow Zwei Fackeln anzünden Blum haben alle Schatten erhält Schluss mit dem Verstecken Mal wird sie sterben Auf jeden Fall, komm schon Hat er die Hälfte voller Energie oder voll? Ihr macht es wieder voll, stimmt? Ja, ja, klar Ich meine, wir brauchen 10 Sekunden, um das ganze Fackeln anzuschließen Die heizt sich wieder, ich meine Die heizt sich wieder auf jeden Fall, um das ganze Spiel zu spüren Die heizt sich wieder auf jeden Fall, um das ganze Spiel zu spüren Eigentlich muss man bloß draufhauen, jetzt krieg ich dann so wieder nicht mehr. Aaaaaaahhh! Alle, vielen Dank. Ich habe jetzt mit voll der Megabeste gerechnet, das ist bloß so ein Ding. Oogamo, danke! Ja, das ist gut. Es war sehr schön. Ich bin schon wieder zurückgegangen. Oh? Was ist das? Was ist das, oder? Ich bin schon wieder hierher gekommen. Ich weiß nicht, ich gehe. Ich weiß nicht, ich gehe. Okay, dann gehen wir alle auf Obsidia-城下町. Wir sind in der Gilder des Anmeldes der Gilder des Anmeldes. Ach, jetzt schmeiß ich mich nicht wieder zurück, sondern so. Ist hier irgendwas noch zum Einsammeln? Nee, das heißt Weltkarte Viereck. Zack. Ich weiß nicht, dass wir draufgehen oder irgend sowas. Aber das ist hier zählt. Ich unterstütze dich für die Dienstgespräche, bis ich eine Situation finde, wo mir es besser gefällt. Die Namen, Alter. MCB. MC Gebiene oder so. W. Das heißt Mountain Dew. Da. I. Oh, W. Warte mal, können die zusammen? F. I. W. 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 Ich früß das hier in Blut. Mhm. Ich habe mich wirklich auf dem Weg gesehen. Wenn ich mich nicht mit Waffe bin, dann hätte ich mich mit Waffe gewonnen haben. Alice, bitte! Es ist schlecht, aber ich werde es jetzt endlich machen. Vorher war es, dass ich mich mit Waffe und Waffe bin. Entschuldigung. Oh weh, lass mich raten, ist das was, was den Ogan heilig ist? Ne, den Riesen. Hmm. Hmm. Will man echt, dass so ne Schlampe einfach noch doppelt so lang lebt? Ich glaube eher nicht. Okay. 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 Nicht so viel schleimt oder sie, auch wenn du es ernst meinst. Hör auf zu lachen, das habe ich genau gesehen. Ah, ich finde es schön. Ja, da stehe ich nicht so sehr an. Vielleicht kennen Sigurosik die Saat der Weisheit, wir sollten ihn mal fragen. Immer zuerst die Leute fragen, die sich gut auskennen. Das Gebiet der Riesen ist sehr gefährlich, so sollte er sich gut vorbereiten. Ey, wie jeder scheiß Quadratzentimeter in dem fucking Land ey. Was ist denn das immer für ne Aussage? Seid vorsichtig, das könnte echt sehr saugefährlich sein. Ja, also wie die ganzen Drecksviecher die sonst überall rumlaufen und Bossmonster und keine Ahnung. Ja. Heiligen gewann. Uh. Aber die Verteidigung geht nicht mehr hoch. Also 80? Hä? Ja, scheißegal. Okay, ich habe nichts, was besser ist. Alles vierte Arsch. Nichts gescheites dabei. Boah, da hinten. Achso, das ist die Untergrundzone, stimmt's? Da gab es auch nur was. Äh, machen wir einfach mal die Mittel. Habe ich schon mal werfen, dass die Hauptquest nicht angezeigt wird. Wenn du auf eine andere Karte springst. Ja, habe ich. Stimmt, in der letzten Folge, deswegen sag ich es trotzdem einfach nochmal. Was? Ja. Oder ist das nicht schon der siebte Mal oder so? Ja, zeig mir das mit dem Weg keinen an. Alter, wie ich die perfekte Stelle genommen habe. Was ist los? Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. Ja, wir kennen sicher die Schweine, die eine riesige Stange haben und oben einen riesigen Sensen-Ding, die den Kopf dran haben. Kirito? Oh, ähm, 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 Shuster-Sama und Rippia-Sama haben, und ich möchte einen schönen Ort sehen. Ich weiß nicht, dass man einen schönen Ort sehen kann, oder? Ja, ich möchte einen schönen Ort sehen. Na, so wie gesagt, Doroshee, das ist eine Sprache, was bedeutet, 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 was bedeutet. Häh? Wenn ich das Wort auf meine Namen habe, dann kann ich es direkt an den Kirito benutzen. Ich glaube, dass es nicht mehr Sinn ist. Entschuldigung. Das ist, dass ich mich auf die Weise aufzunehmen. Das ist, dass ich mich auf die Kraft verletzeuge. Ja, das ist das. Ich glaube, dass ich mich auf die Kraft verletzeuge. Was? Moment. Das ist das nicht so? Und, DORSHI, IMEJESH te, どういう意味で使ってるんだ? Eh? Eh… Eh… これは新生語です 心の中に思い描くという意味で Ah,そしてそれを日常的に使っているのか? はい Was? War das einer von Wrath? Eye of the Tiger? Fight Ah An Geburtstag Oh Happy Birthday Haha Why do you know? What? What? I'm like... I'm like... I'm like... that's the first time... The first time you did Er ist auch ein Real-World-Zinn, was er? Er ist auch ein Kind von Kirito. So ist das? Wenn er Drossi ist ein Real-World-Zinn, dann wird er ein Lass-Zinn sein. Er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, das hab ich mal überhaupt nicht erwartet jetzt. Was ein Experiment war, ne? Schong'n war, ist ein Anckel-Ki-Sies, aber ich habe noch nicht erwartet. Er hat einen Anckel-Ki-Sies, aber ich habe noch nicht erwartet. Oh, sorry, Schong'n warst du zu sprechen. Kirito ist auch ein Kind, wenn ich in der Kiste, die ich in der Kiste, die ich in der Kiste, die ich in der Kiste. ...暑い... ... aber es ist so... ... aber es ist so... ...Kirito, die ich in der Kiste, wie in der Kiste? Kann ich dir das? Es ist schön. Du bist... Ich bin der Welt für die Welt der Welt. Es gibt viele Menschen, aber ich weiß nicht, dass ich jemanden weiß. Ich habe mich auf die Test-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor. Jusprich, die seiner strategie des besten Gofies-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor. Vielleicht trajete Doku Jusprich, die Jusprich, ein paar Menschen zu Endefformen. Du bist so auf mich, und ich habe mich nicht getroffen. Nein. Es ist das Schlimmste. Schau mal. Oder die Frau der Frau. Ja. Kirito. Aber... Kannst du diese Frau noch erzählen? Ich bin froh. Diese Frau... Ich liebe sie. Ich liebe sie. Aber trotzdem... Danke. Trotzdem. Ich bin froh. 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 Du hast du das? Huh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe eine entsprechende Begründung. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Da gleich petzen gehen, ey. Was ist da los? Ja, sprich hinter ihr drüber. Unter-Wild-Inner-Arte-Inner-Arte-Inner-Arte-Inner. Ich habe nicht gesagt, dass die Kinder der Unterwelt der Kunde nicht mehr, dass die Kunde nicht mehr als Kunde der Kunde sein. Wenn die Kunde und die Kunde einbieten, dann muss man die Kunde einbieten, dann kann man diese Kunde einbieten. Das ist nicht so schwierig, dass man das Kunde nicht mehr so machen kann. Ich habe schon gesagt, dass man es nicht so machen kann. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich schon生fiert. Ich habe eine Art von A.A. zu entwickeln. Ich habe einen Teil von A.A. und einem Kind. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich weiß nicht, dass ich nicht verletzt. Ich weiß nicht. Ich denke, dass die Realität der Menschen die Realität ist, wie es die Realität ist. Aber wenn ich mich so sagen, dass ich mich so fühlte, dass ich mich so fühle. Ich denke, dass ich mich etwas darüber nachdenke. Ich denke, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Ja, das ist ja eben das. Ich meine, sie liebt ihn, okay. Nein, nicht Audo. Nein, 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 nein. Ich denke, dass ich nicht alles verletze, weil ich nicht verletze, weil ich es nicht verletze, weil ich nicht verletze, dass es mir nicht verletze. Ich meine, Kirito, wenn ich von diesem Jahr weggelebt habe, kann ich nicht verletze, weil ich nicht verletze. Ich möchte es nicht vergessen. Ich möchte es nicht vergessen. Ich möchte es nicht vergessen. Ich möchte es nicht wirklich. Aber ich bin mit Alice und meiner Freundin. Ich bin mit Asuna gekommen und habe alle diese Welt. Ich bin jetzt ein Teil von meinem Leben. Das ist die Welt. Okay. Und wenn du dich in deinem Gehirn weißt, dass du dich in deinem Gehirn weißt, dann... ...wenn du... ...wenn du... Hey! Genau. So, hauen wir noch ein paar Viecher weg. Alle auf Stufe 6. So, dann bedanke ich mich an der Stelle, bei euch fürs Zuschauen. Aber war schon krasses Ding jetzt eigentlich, muss ich zugeben. Dass das jetzt dann halt so kam, dass jemand aus der realen Welt die Doris, die gezeugt hat. Vielleicht hat er auch sich bloß die Welt angeschaut und dann die Mutter kennengelernt und sich dann verliebt oder so. Aber das ist eben doch der Gedanke. Ich meine, klar, im ersten Moment ist es so, Alter, was für ein Wichser, Alter, wie er halt seine Tochter zurücklässt und dann auch noch in der Welt, wo sie eigentlich nicht hingehört und so. Oder wo sie es schwer haben wird. Aber wenn er halt überlegt, was er ihr alles beigebracht hat und was er mit ihr alles gemacht hat und sonst irgendwas, wäre er halt schon dumm eigentlich, also wenn er da nicht irgendwie was empfinden würde. Weil es wäre ja dann trotzdem die Tochter und so. Und er war ja scheinbar auch bei mehreren Geburtstagen dabei und so. Sonst hätte er ihr nicht Happy Birthday beigebracht. beibringen können. Tja. Muss man ja schon mal sacken lassen. War schon irgendwie eine coole Story-Wendung. Jetzt aber. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020